willkommen wieder zurück bei einer weiteren folge life is strange in einer neuen session wir müssen uns das fotoalbum holen ich mache einfach da weiter wo wir aufgehört haben wir haben ja eh alles schon gesehen eigentlich deswegen nehmen wir das jetzt einfach mal ich bin echt gespannt wie das hier weiter geht ich habe das hier alles gesehen ja schon ich habe das hier hundertmal schon als er durchgeklickt ist das okay perfect oh my god look how little we are there we look like toys i remember that day by the lighthouse my dad was pissed at us he actually tried to give us a time out and you laughed at him my dad would have banished me oh awesome picture we look so badass in our pirate gear we should have taken over arcadia babe when we had the chance there's still time for you oh man there we are making pancakes i love that shot of us it's hard to believe my dad took that picture only five years ago literally seems like yesterday i wish it was me too this photo maybe i could listen max my respiratory system is failing and and it's only getting worse i've heard the doctors talking about it when they thought i was zonked out so i know i'm just putting off the inevitable while my parents suffer along and i will too this isn't how i want things to end what what are you saying i'm saying that being with you again has been so special i just wanted to feel like when we were kids running around arcadia bay and everything was possible and you made me feel that way today i want this time with you to be my last memory do you understand yes i do all you have to do is crank up the iv211 may i can do all yours today so i can do a lot of notes i'm telling if i can do a lot of of different things i can do a lot of things i can do a lot of things i cannot do a lotly freds Chloe... Ich kann nicht. Es schreckt mich zu sehen, dass du in irgendwelchen Schmerzen hast. Aber ich habe kein Recht zu tun. Ich bin ein Kind. Ich gebe dir das Recht. Aber Joyce... und William... Ich habe bereits gesagt, dass sie meine Gehe zu ihnen gesagt haben. Aber sie werden nicht honorieren meine Wünsche. Du wirst, richtig? Ich kann nicht... ...hier mit einer Überdose. Max, ich sterbe von meiner Krankheit, nicht meine Dose. Das acceleriert den Prozess. Ich würde lieber gehen auf eine Waffe, als eine Rock. Und ich will meine beste Freundin, um mich zu helfen. Ich werde dich helfen, aber nicht so. Du musst mich glauben, Chloe. Warum, Max? Du bist nur auf mich, wie alle anderen. Warum gehst du jetzt? Du bist hierher, nicht wahr? Du bist nicht so. Du bist nicht so. Du bist nicht so. Du bist nicht so. Chloe... Du bist nicht so. Ich werde dich nicht wiederholen. Ich werde dich nicht so. Ich bin so, William. Ich bin so, ich will. Wir kommen doch wieder zurück in die Zeit, aber es wird trotzdem vielmals so bleiben. Okay, ich muss das jetzt wieder probieren, irgendwie wie das war. Ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Ich weiß gar nicht mehr, wie du das was machst. Machst? Nein. Ich weiß gar nicht mehr. Ich habe die Schrift sogar abgeschnitten. Das ist ein bisschen blöd. ich finde das gerade gar nicht irgendwo was man scharf stellt leider muss es william dran glauben also es ist alles wie damals also ganz am anfang william das kommt wie es kommen muss aha you can't hide from me forever and no chloe and max wine tasting session dad ja man kann nicht alles ändern ja und der ist weg max you are being so fucking strange like you're never gonna see us again chloe i'm so sorry i tried to make things different for you i i did try i'm sorry i don't know exactly what you're talking about but come on you have made things different like my whole life you're my best friend i've got you and a great family what's to be sorry for we'll be best friends forever and when we grow up we're taking over the world listen whatever happens i want you to be strong even if you feel like i wasn't there for you because i will never abandon you chloe i'll always have your back always chloe has a wholeшибro has never happened completely different chloe has a whole spiral chloe has fallen in paral diaper chloe has a whole komplett alles anders und schlimmer aber beide seiten werden schlimm beide seiten egal welche seite es ist einfach beides schlimm entweder chloe leidet voll und hat ihren vater dafür oder sie hat ihren vater nicht mehr hat aber dafür ein komplett anderes leben und kann rumlaufen also ja die vergangenheit holt dann irgendwie da wieder ein und alles und egal was man ändert manchmal denkt man sich man könnte dinge ändern aber besser ist man kann es sollte es nicht mehr das ist gar nicht mehr ändert so manchmal wünsche man sich man wäre doch nicht gestolpert dabei wäre es doch gut gewesen wenn man gestolpert wäre weil wer weiß was dann doch passiert wäre irgendwas kommt trotzdem nicht aller wege haben ein gutes ende und niemals hätte ich jetzt auf wirklich chloe töten nur weil sie so das war so emotional für sie das nein das machen wir nicht ich bin gespannt wie das voting wird kloé ihr seid wøh ho whoa down max you get one kiss now you're all over me i'm just i'm just i'm so glad you're here Das ist ja so. Schauen wir uns ein bisschen was an. Ja. Ich habe immer noch ein paar Jahre, um zu geben. Das Snowdough immer macht mich an William und Chloe. Diese Bilder von Butterfly sieht aus wie ein Millionen Jahre alt. Wie lange habe ich seit? Ich sollte es wissen, dass die Telefonnummer nicht die Polizei verletzt. Miss Price, hier Wachtmeister Anderson Barry, wir haben Ihre Kontaktdaten hier in unseren Akten und bitten Sie zur Beantwortung einige Fragen am Montagmorgen um ca. 8 Uhr im Revier zu erscheinen. Dies betrifft Informationen zu einem Einbruch in die Blackwell Academy, der vor kurzem stattfand und der Tatsache, dass Ihr Wagen zu ungefähr in gleichen Zeit auf den Parkplatz identifiziert wurde. Wir freuen uns darauf, diese Angelegenheiten aufzukommen, Wachtmeister Barry. Das ist blöd. Es hat trotzdem nichts geändert. Sie hat mich immer kennengelernt, immerhin. Ja, Chloe Price war hier. Ich fühle mich, dass wir eine große Kluge missen. Keep digging. Verdammt, das ist ein sehres Exposé auf den Prescott. Endlich. Penn Estates der Prescotts, Fluch oder Segen von Craig Kennedy. Der Name Prescotts mag nicht viel für Sie oder allen anderen außerhalb einer kleinen Küstenstadt Oregons bedeuten. Aber dieser Name hat viel Bedeutung für Calia Bay. Eine idyllische oder zeitlose wirkende Stadt. Eins war sie der Sitz einer florierenden Fischerei und Tourismusindustrie. Aber diese Tage sind Geschichte. Trotz des lokalen Erfolgs der BlackRoy Academy und ihrer Fotoball- und Schwimmteams, den Bigfoot und Ottern, Veränderungen in der Umwelt der Region, reduzierten die Anzahl der Fische und anderen Meereslebewesen und resultierten in einer stagnierenden Wirtschaft und eingeschränkten Tourismus. Kurioserweise verstanden die Prescotts es, ihre Geschäftsinteressen auf einem ziemlich profitablen Niveau zu halten. Tatsächlich steht sie hinter einem teuren und exklusiven Siedlungsbau namens Penn Estates, der tief im Wald in der Nähe der BlackRoy Academy angelegt werden soll. Wörtliche Gruppen amerikanischer Ureinwohner reichten bereits zahlreiche Anträge gegen das Projekt ein, in denen eine weitläufige Zerstörung von Stammesland und natürliche Ressourcen angeführt wird. Auf der nächsten Seite fortgesetzt. War ja klar, dass die auf solche kacke Ideen kommen. Hinsetzen brauchen wir uns nicht mehr, das haben wir schon. Das ist meine Chloe. So. Dann mit ihr haben wir... Doch mit ihr können wir ein Foto können wir machen. Ich wünsche, ich konnte Chloe, wie viel William über sie gebraucht hat. Das juckt ihr nicht. Errungenschaft, atmosphärisch. Ja, wir sind ja... Wir sind übrigens in Episode 4 noch immer. Und 5 Episoden gibt's, also wir sind... Wahrscheinlich, glaube ich, bald auch mit der fertig. Ja, mit Kate. Das, das war ja auch noch. So close, yet so far away. Wir müssen drei Dinge, die Hauptsache. Genau. Uh, was Dinge? One, Decipher Frank's Logbook. Two, get Nathan's phone to find out where he's been during the Vortex Club parties with Kate and Rachel. Und see whatever hidden shit he's got in his messages. Three, beat Stepdouche Dan until he tells us about Frank, Nathan, and the Darkroom. And I do have a gun now. Keep it in your pants. We'll have to do this on our own. Dude, at least let me kick his ass, then rewind... Fine, whatevs. It's your power. Which I can't waste on shit like that. Or Blackwell would be in big trouble. You didn't even let me take that money to pay Frank off. And I'm glad. We have to be better than that. I know. You should get busy in the garage to see what dirt you can dig up. I'm going to cyberstalk some names and see where that leads. What to who. Then be careful of Stepcrack. He's not going to be a happy camper after you reamed him yesterday and Mom is giving him the boot. I'm on it, partner. Partner? Okay. I can't abuse this level of my rewind power. It's way too dangerous and I need to navigate the present without messing up the past. Jetzt habe ich nur was vergessen. Wir haben gerade, haben wir gerade erst das erste Foto geschossen? Hatte ich noch gar keine Möglichkeit irgendwo Fotos zu machen? Ich glaube noch nicht, ne? Sieht nicht so aus. Ja, wir müssen auch hier einiges machen. William haben wir zum Beispiel gar nicht drinnen. Und hier sind auch nebenbei viel, drei, vier, fünf Orte noch, die wir noch gar nicht kennen. Hier sind überall neue Nachrichten. Chloe. Ich meine nichts. Irgendwie glaube ich Neues. Richard Marsh. Das haben wir glaube ich schon gelesen, ja. Das ist glaube ich einfach wieder ungelesen markiert oder sowas. Keine Ahnung warum. Guck mal für diese Info. Justin. Wofür? Ja, das ist... Das sind glaube ich noch die Kontakte. Ja, das sind noch so ein bisschen die Kontakte, weil wir in dieser Zeit waren, wo wir gekifft haben und sowas. Also die andere Welt, wenn es alles anders gewesen wäre. Aber gut. Es hat so eine Stimme zu hören. Glaub ich mal, oder? Dass da irgendwas war. Jetzt wird es besser auf als andere zu wohl. Pff. Okay. Entschuldigt. Ich glaube da war nichts, nichts Spannendes, hoffentlich. Ähm. Ach du Scheiße. Das ist die ganz allererste Seite. Da waren wir schon überall. Das kennen wir auch schon alles. Oh Gott, wo sind wir denn hier? Oh Gott. Haben wir das hier ja schon alles gelesen? Ich weiß gar nicht mehr, wo wir aufgehört haben. Ähm. Puh. Jetzt müsste ich nachgucken. Puh. Ich könnte mal kurz nachgucken, dann müsste ich halt die Folge jetzt beenden. Ich könnte kurz mal nachgucken, wo wir das allerletzte Mal gelesen haben. Das wird dann die nächste Folge wahrscheinlich das komplette Let's Read. Also bis gleich.